Hallo alle, willkommen zu Learn German. Hier ist unser nächstes Video auf unserer Video-Serie auf Alma und Lukas. Ich würde mir Tipps geben, was ich in Frankfurt gesehen haben sollte und was sehenswert ist, oder? Na klar, ich gebe dir gerne Tipps über Sehenswürdigkeiten oder coole Spots in der Stadt. Das ist nett von dir. Die Paulskirche, den Frankfurter Dom und den Frankfurter Römer und die angrenzende Altstadt kennst du sicher schon, oder? Ja, die bekanntesten Sehenswürdigkeiten habe ich mir schon angeschaut. Dann bist du sicher auch schon über den Eisernen Steg, also die große Fußgängerbrücke über den Main, gelaufen? Genau. Von der Brücke hat man einen fantastischen Blick auf die Frankfurter Skyline. Das stimmt. Den Ausblick mag ich auch gerne. Besonders im Dunkeln. Am Eisernen Steg starten schöne Schiffstouren, bei denen man auch einiges über die Stadt erfahren kann. Das ist ein guter Tipp. Are you enjoying our video and content? Don't forget to subscribe to our channel and enjoy more videos. Auf beiden Seiten des Flusses kann man sehr schön spazieren gehen und sich in die Sonne setzen. Viele Museen der Stadt liegen am Museumsufer. Wenn du gerne in Museen gehst, kann ich dir vor allem das Museum für moderne Kunst und das Senckenbergmuseum empfehlen. Da gehe ich sehr gerne hin. Vielen Dank für die Tipps. Bestimmt werde ich bei schlechtem Wetter auch einige Museen besuchen. Wenn du eine kleine Auszeit von der Stadt benötigst, kann ich dir den Palmengarten ans Herz legen. Hier kann man sich gut entspannen und die Vielfalt der Pflanzen genießen. Das klingt gut. Für Frankfurts Nationalgetränk Ebbelwoi, also Apfelwein, würde ich nach Altsachsenhausen gehen. Das ist ein Stadtteil, in dem du viele Restaurants mit Frankfurter Spezialitäten findest. Gerne können wir da zusammen hingehen. Ich danke dir für alle Tipps. Einiges können wir sicher auch zusammen unternehmen. Auf jeden Fall. In Frankfurt gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Ich denke aber, dass das für die nächste Zeit ausreichend ist. To get access to extra material for this video and lots more, do become a member today or join us on Patreon for a free worksheet. Danke. Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel, if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss. Auf Wiedersehen.